Cinefeel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind der Zündstein und das Reibrad der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung, denn bei uns springt der Funke über. Im letzten Quiz ist der Funk übergesprungen. Haha, ich wollte gerade schon sagen, ich hoffe, das ist hier nicht alles leicht entzündlich, weil ansonsten steht hier alles Lichterlo in Flammen. So ist das, wenn der Funk zum Funk wird, dann wird es in der Tat manchmal etwas brenzlig. Stimmt, dir legt da ja was auf dem Herzen, auf der Seele, es brennt dir auf der Zunge. Ja, weil es mir halt auf den Sack geht und da alle wissen, dass natürlich der Podcast hier auch unsere persönliche Therapie ist und mit uns mache ich natürlich mich. Ich wollte gerade sagen, das ist hauptsächlich deine Therapiestunde. Ja, ist aber auch wichtig, brauche ich. Wir hatten vor kurzem unseren Freund und Kollegen Alper Turfan den Namensgeber unseres Brodies Filmfressen-Film-Quiz-Pokals. Der, den du ständig küsst. Richtig, weil ich ihn ständig gewinne. Schon regelmäßig? Das stimmt, wird langsam ein bisschen unangenehm. Dir oder den Gegnern? Beiden natürlich. Ja, allen, die sich das angucken, denen ist das unangenehm, wenn ich da sitze. Ja, ich hoffe auf jeden Fall Brody, weil das nur an seinen bescheidenen Fragen liegt. Ja, das ist schon sehr viel komisches Zeug. Wir haben auch wieder ein paar neue Anfragen gestellt und da waren auch Leute, ja, hoffentlich wird das nicht zu nischig, weil die immer denken, dass irgendwie wir das Quiz machen. Das machen wir ja gar nicht. Ja. Das ist ja der Thomas Brody, der das macht. Aber ja gut, Alper war zu Gast und viele von euch oder wahrscheinlich alle werden es gesehen haben. Und komischerweise immer, wenn irgendwie Cinema Strikes Back oder irgendein Funk-Format irgendwo ist, geht es direkt um irgendwelche hier, die Agenda, es muss politisch korrekt sein. Nein, Funk ist scheiße, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, bla bla bla. Ich will hier nochmal betonen, der Peter und ich, aka die Filmfressen, wir haben nichts mit Funk zu tun. Wenn der Alper, der Marius, der Jonas, der Lenny oder die Xenia oder sonst irgendeiner von irgendeinem Funk-Format, ja, ob es die Voltas von Worldwide Wohnzimmer sind oder auch schwanzegal, wer von welchem Funk-Format bei uns zu Gast ist, hat Funk damit nichts zu tun. Und die kommen da auch nicht mit einer Agenda rein und müssen da irgendwie politisch korrekt sich verhalten oder sonstiges. Wenn man bei denen zu Gast ist, ja, ich war ja vor ein paar Jahren mal da um Teigwaren gespielt in so einem Quiz. Donuts meinst du? Genau, da habe ich eine Handvoll Donuts gewonnen, Spoiler an der Stelle. Ja gut, für zwei Jahre her. Das ist vier Jahre her schon. Vier sogar, krass. Ja, ja. Da war das auch so, bevor es losgeht, gibt es eine kleine Einweisung, worum es geht, bla 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 und so weiter. Und die müssen sich an so ein paar Sachen halten. Sprich, die dürfen keine Markennamen bewerben. Es darf nicht politisch oder religiös werden oder so. Die dürfen da ja nicht eindeutig Stellung beziehen. Aber die Gäste eben nicht, weil wir nicht Angestellte von Funk sind. Das heißt, die haben gesagt, wenn du irgendwas sagen willst, dann kannst du das machen. Was ist einfach deine Meinung? Du kannst das machen, nur wir sind da angestellt, wir produzieren für Funk. Wir dürfen das halt nicht. Das ist das Einzige. Die kriegen nicht indoktriniert von Funk. Ihr müsst jetzt, weißt du was ich, gendern. Ihr müsst jetzt das und das politisch korrekt sein und so. So ist es nicht. Die dürfen nämlich gar nicht großartig politisch sein. Ja, aber das heißt, du hast da einen schönen gegen die Küche gewettert, hat der ein Quiz? Nein. Nein, das ist ja jetzt auch kein Hobby von mir. Ich mache das ja auch nicht zwangsmäßig überall. In jedem dritten Podcast. Rein rechnerisch. Na gut, dann ist es doch ein Hobby von mir anscheinend. Okay. Das wollte ich halt nochmal sagen. Wenn dann Leute der Meinung sind, auf einmal ist es dann wie bei Funk und hin und her. Und das hat nichts damit zu tun. Die Leute sind so und sagen das, was sie wollen. Außerdem das, worum es jetzt einer Person da ging, kam noch nicht mal vom Alper. Es nervt mich und es ist halt auch total unnötig, dass dieses Thema immer aufkommt. Und auf der einen Seite sind unsere Gags dann zu hart. Auf der anderen Seite sind wir dann zu politisch korrekt. Und hin und her. Und Leute, entscheidet euch entweder für eine Seite oder haltet eure verdammte Fresse. Das sind aber nicht in der Regel die gleichen Leute, die das sagen. Das ist mir scheiße, ich kann so alle die Fresse halten. Das ist doch einfach so unnötig. Stimmt, wir haben hier zu reden. Der Rest hat ruhig zu sein. Wenn der Kuchen redet, hat der Krümel zu schweigen. So ist es nämlich. Einfach nur für die Leute mal zum Verständnis. Wir wissen ja, wie das abläuft. Ich habe den Scheiß ja unter anderem auch studiert. Ich habe irgendwas mit Medien gemacht. Und dann ist man auch ein paar Mal, weiß ich nicht, vor Ort. Oder hat ein paar Drehs mitbekommen und so. Also du und ich jetzt. Das läuft halt alles ein bisschen anders ab, als sich das manche Leute so vorstellen. Ja, als wenn man da irgendwie so ein Programm kriegt. Und das muss man da irgendwie dann inhaltlich runterbeten. Und es werden einem so Sachen vorgeschrieben. Das ist überhaupt nicht der Fall. Und wir schreiben erst recht den Leuten nichts vor. Wir sagen sogar immer eher von wegen so. Hey, wir können uns hier auch ein bisschen foppen und so. Also wir können uns auch ruhig ein bisschen dissen vor der Kamera. Wir finden das halt spaßig und lustig. Aber es ist ja auch scheißegal, was oder wie man es macht. Irgendwelche Leute müssen ja sowieso sich immer da melden. Aber ich wollte nur noch mal sagen, wir haben mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu tun. Also ich hasse den auch nicht. Aber du möchtest dich klar davon distanzieren. Nee, ich bin auch nicht der Riesenfan. Ich bin, also ich finde es gut, dass es ihn gibt. Ich bin aber durchaus auch der Meinung, dass es höchste Zeit ist, den zu reformieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich auch nicht alles gut, was da passiert. Ja, also und vor allem, wenn die jetzt noch haben, die ihre Mediatheken da irgendwie plus. Ja. Wo du noch bezahlen musst für Inhalte, die schon längst produziert sind. Richtig. Eine absolute Unverschämtheit. Und sowas geht halt nicht. Ja, oder dass auch dann Werbung läuft, obwohl du sowieso schon gezwungen bist, da halt einen Beitrag zu zahlen. Das ist nicht cool. Aber jetzt wird es wieder politisch. Ich wollte es gerade sagen. Mensch, Politik, Peter. Ja, scheiße. Politik, Peter und der Alman Achim. Die regen sich auf. Ey, es wird politisch. Was hältst du davon, wenn wir den Alman Achim mal abschieben? Ja. Ins schöne Afghanistan. Almanien? Afghanistan? Albanien? Wohin? Man weiß es nicht. Okay, dann lassen wir auf, politisch zu sein. Du warst ja im Kino und hast einen sehr unpolitischen Film gesehen. Ja. Ich glaube, den unpolitischsten seit langem. Ich glaube, es gibt nur ein Land oder... Nee, es gibt so viele Länder, über die du politisch... Es gibt viele Länder, Peter. Ja. Du hast meinen Satz nicht ausformulieren lassen. Es gibt vielleicht eine Handvoll Länder, bei denen du noch mehr politischere Themen aufgreifen könntest. Iran beispielsweise. Oder Russland, Russland-Ukraine. Aber Afghanistan ist ja aktuell auch in vieler Munde, weil wir aktuell ja quasi all das miterleben, was die Amis sozusagen schon vor 20 Jahren angestoßen haben, sag ich jetzt mal. Wie? Was haben die gemacht? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Die haben, glaube ich, gedacht, dass so ein Typ in der Höhle Flugzeuge in ein Hochhaus gejagt haben. Und deshalb ist er diesem Land dem Krieg erklärt. Und das, obwohl Kerosin gar keinen Stahl schmelzen kann? Ich würde gerne mal einen kompletten Podcast über dieses Thema machen. Nur über das? Oder generell Verschwörungstheorien? Über eine kannst du Stunden reden. Da brauchst du nicht mehrere Leidzeiten. Ja, genau. Ja, klar. Da gibt es auch ganz schöne Formate. Stimmt, wir werden demnächst auch eventuell irgendwann mal die coole Doku Beyond the Met ziehen, ne? Ach, stimmt. Und tatsächlich einen Wrestler, der war auch Gouverneur und der hatte eine ganz fantastische Fernsehreihe. Also ich weiß gar nicht, wo das genau lief oder ob es nur im Internet war, aber Jesse Ventura, den wir ja auch unter anderem von Predator kennen. Richtig. If it bleeds, we can kill it. Genau. Der hat eine sehr interessante Show zu den Themen gemacht. Unter anderem dann halt auch solche Themen wie 9-11 halt verarbeitet. Und da hat er gesagt, I get time to bleed. Ne, aber der war schon sehr skeptisch, was das Ganze angeht. Also der war relativ verliebt in einige Verschwörungstheorien, hatte aber immer im Hinterkopf. Also das, worum es ihm ging, war es tatsächlich immer aufzudecken, quasi wie korrupt die Regierung in den USA ist. Und was halt mit den Menschen in den USA halt gemacht wird, denkt man, weil Manipulation etc. Also das sind ja auch zwei verschiedene Sachen. Ob man jetzt glaubt, dass die Regierung, ich meine, welche Regierung oder welche Politiker sind nicht korrupt? Ja, wahrscheinlich die wenigsten. Aber da muss man das nicht gleich mit Die Elite trinkt Kinderblut gleichsetzen. Das sind alles Reptiloiden. Für mich ist da ein Riesenunterschied. Ja, aber so weit geht er nicht. Ja, ja, okay. Du hast Kandahar gesehen. Genau. Ich wollte da auch ins Kino reingehen, habe ich aber nicht geschafft. Ich weiß aber auch gar nicht, warum ich mir den letztlich angeschaut habe. Also ich weiß schon, weil darüber sprechen. Gerard Bütley. Ja, genau. Du musst Gerard Bütley sehen. Genau, Gerard Butler ist tatsächlich so der Einzige, der mich so ein bisschen dazu bewegt hat. Weil das schon in gewisser Form eine coole Sau und für mich schon irgendwo gern gesehener Actionheld ist. Wobei ich jetzt auch so seine ganzen hier Angel Has Fallen Geschichten und so in der Regel fast alle gar nicht gesehen habe. Hast du auch nichts verpasst. Wahrscheinlich. Aber so was so die Anfänger angeht mit 300 und so, das ist schon eine coole Sau irgendwo. Das ist so der, wie soll ich sagen, der etwas billigere Russell Crowe. Vor allem, wenn es dann halt auch um Schauspielerische geht. Aber im Actiongenre hat er sich, glaube ich, oder finde ich, schon einen guten Namen gemacht. Und so sehen wir ihn hier in einer Rolle, wie er sie halt auch gut ausfüllen kann. Weil die Rolle halt auch nicht viel von ihm abverlangt. Er spielt einen Black Ops Agent, der in Iran ein Atomprogramm sabotieren soll. Das Problem ist nur, dass er auffliegt und dann das Land verlassen muss. Und er kriegt allerdings, bevor er auffliegt, auch noch einen Auftrag in Afghanistan. Und so flieht er dann durch die Wüste Irans nach Afghanistan und sieht sich dort einer ganzen Reihe von Gegenspielern gegenüber. Das Ganze ist dann, sollen dann so 30 Stunden sein, 400 Meilen, die er überwinden muss. Und er kämpft dann gegen irgendwelche iranischen Spezialkommandos, gegen die Taliban. Eventuell amerikanische Spione, die dann doch eventuell für die andere Seite arbeiten, die also konvertiert sind oder desertiert. Eventuell, sag ich ja. Naja, dann. Ist kein Spoiler. Weil tatsächlich hat der Film mich da an einer Stelle auch mal gehabt. Da hatte ich ihn an der Nase herumgeführt. Ja, so ein bisschen. Ich hatte tatsächlich einen Verrat gesehen, der dann letztlich doch keiner war. Also nicht im klassischen Sinne. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele Parteien, die hier aufeinandertreffen. Das eigentlich auch nur, damit er dort halt eine krasse Tour de Force halt hinlegen kann. Das passiert halt auf Land über Flug, also in den Innenhöhen. Parallel hat er dann noch Eheprobleme. Er sieht seine Tochter dadurch, dass er Agent ist. Nicht wirklich. Hat den Kontakt verloren. Auch was das Familienleben halt angeht. Sollte sich eigentlich hier raus zurückziehen. Aber es macht ihm irgendwie dann doch noch Spaß. Was der Film leistet, ist eine ganze Menge an Informationen, die er uns gibt. Also das ist so, als hättest du einen Erklärbär die ganze Zeit auf der Schulter, der dir die ganze Zeit erklärt, dies ist das, das ist das, hier und da, das ist die Organisation, die arbeitet im Bär. Und deshalb macht die jetzt genau dies und das. Und das ist schon verdammt viel, was hier auch vom Zuschauer verlangt wird. Hab ich nicht immer durchgeblickt. Ist aber eigentlich auch nicht das Entscheidende hier, weil es natürlich eigentlich um die Action gehen sollte. Die ist allerdings deutlich geringer, als das dieser Film hätte vermuten lassen. Ich meine, er wird halt auch als Actionfilm beworben. Das sieht man ja auch an dem einen oder anderen Trailer. Ich habe den Regisseur noch gar nicht erwähnt. Das ist der Rick Roman War. Aber der hat halt so Sachen wie Angel Has Fallen gemacht und Greenland. Gérard Bütlé ist seine Muse, könnte man sagen. Ja, genau. Und dementsprechend schätze ich mal, dass der sich ja auch in seinem Oeuvre halt einreiht. Nur, dass es halt wesentlich weniger Action gibt, als man das hier erwarten könnte. Es ist letztlich eine fette, krasse Verfolgungsjagd, die aber immer wieder zum Einschlafen kommt, dann immer wieder so ein bisschen aufgenommen wird. Wirklich groß, viel und vor allem auch nicht geil inszeniertes passiert hier. Es ist dann manchmal schon so eher so in die Richtung Agenten-Thriller. Das hatte ich eher so erwartet für den Film. Aber es ist halt trotzdem nicht so geil, dass du halt denkst, hier Spionage und so. Weil der Typ, der ist halt wirklich faktisch nur auf der Flucht. Das ist der Harrison Ford, oder was? Ja, genau. Gérard Bütlé ist Harrison Ford. Es ist jetzt nicht so, dass er hier groß was aufdeckt. Also es gibt schon ein, zwei Sachen, die er währenddessen natürlich hier für uns als Zuschauer dann halt auch in gewisser Form aufdeckt. Und er natürlich dann auch so ein bisschen die Mitschuld des Westens an dem ganzen Debakel halt auch findet. Aber letztlich ist es halt wirklich eigentlich nur eine Scheißflucht, bei dem wir halt gelegentlich Standoffs haben. Wir haben ab und zu Zeit auch für so ein paar theatralische Momente. Es wird dann leider am Ende auch sehr kitschig. Was ich ganz nett fand war, ich kann es natürlich nicht wirklich beurteilen, weil die arabische Musik mir allgemein halt nicht bekannt ist. Du wohnst doch in Bad Godesberg, musst du eigentlich den ganzen Tag, nee, wohnst du gar nicht mehr. Richtig. Aber du hast lange Zeit in Bad Godesberg gewohnt, genau wie ich, musst du es eigentlich sehr häufig mitbekommen haben. Ja, aber das, was ich so mitgekriegt habe, hat mir in der Regel nicht gefallen. Boah. Rassist, Ausländerfeind. Natürlich. Agenda. Ist die einzige Schlussfolgerung davon. Selbstverständlich. Aber was ich halt tatsächlich gut fand, war tatsächlich die Musik. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die halt das widerspiegelt, weil es aktuell gespielt wird. Aber das, was wir hier an arabischer Musik in Anführungsstrichen erhalten haben, das fand ich cool. Das haben sie hier gut, schön integriert. Was auch sozusagen das Einzige ist, was ich so ein bisschen positiv fand, ist, dass es halt nicht so Richtung Michael Bay ging. Dass es halt so schwarz und weiß gibt, gut und böse. Sondern dass er halt schon in gewisser Form versucht, so ein bisschen, ja nicht Klarheit zu schaffen, aber so ein bisschen Übersicht. Welche Parteien im Raum hier das Sagen haben, wie das mit den Tribes funktioniert, also mit den Stämmen, was die Politik für einen Einfluss hat, was die hier die Geheimdienste für einen Einfluss haben, was die Taliban an sich machen und so weiter und so fort. Der IS ist natürlich auch ein Thema, das hier immer wieder aufkommt. Dabei aber nie vergisst, was halt die USA für eine Rolle gespielt haben und die halt auch. Die haben den Frieden gebracht. Ja, genau. Und die Demokratie. Natürlich. Und die wollten nur ein bisschen Öl haben. Wird man ja wohl auch sagen dürfen. Nee, aber der Film sagt halt schon, dass die USA halt maßgeblich daran beteiligt sind, dass es halt in diesen Ländern halt so scheiße läuft. Und das, finde ich, ist dann halt schon mal zumindest ein netter Ansatz, in Anführungsstrichen. Es ist jetzt nicht so, dass sie halt da ein altes Feindbild wieder schaffen, weil es natürlich dann auch um Religion geht. Es geht um die Muslime, es geht um den Islam. Und der kommt tatsächlich auch relativ, in Anführungsstrichen, gut weg durch ein, zwei Figuren. Der ist da sehr differenziert in der Betrachtung von Politik und Religion, sag ich jetzt mal. Gut, Religion wird ja auch häufig dann instrumentalisiert. Oder die Gläubigen werden dann, ob das jetzt im Islam ist oder ob das jetzt bei den Katholiken war oder ist auch noch. Es ist ein gefährliches Instrument. Eine Waffe kann das sein. Schon immer gewesen auch. Ja, klar. Das ist das Problem, wenn Menschen halt sowas halt als höchstes gut ansehen und nichts mehr darüber sehen. Da machen die halt alles dafür. Aber jetzt wird es wieder viel zu religiös und politisch. Ja, wie geil ist der Film denn? Ja, also der geht zwei Stunden. Hat sich auf jeden Fall auch angefühlt wie zwei Stunden. Ich mag Butler, aber viel gibt der Film halt nicht her. Er hat ein paar schöne Momente. Er hat die eine oder andere nett inszenierte Sequenz. Aber im Großen und Ganzen habe ich irgendwie das Gefühl, dass man sich hier nicht genau entscheiden konnte, was man bedienen möchte. Weil er nichts davon wirklich adäquat bedient. Also als Action-Fan kommst du halt nicht groß auf deine Kosten. Vor allem halt auch nicht im Kontext des politischen Hintergrunds. Und umgekehrt stört dich natürlich genau diese Action, diese Verfolgungsjagden, dieser Thrill dann bei dem politischen Drama. Und bei dem, was er hier an zwischenmenschlichen Problemen dann auch über seine Figuren erzählt. Von daher finde ich es auch schwierig irgendwie auszumachen, wer hier das Zielpublikum sein soll. Deshalb, der hat mich schon relativ kalt gelassen. Ich fand den nicht scheiße. Wie gesagt, der sieht eigentlich ganz nett aus. Besonders halt in den Wüstenlandschaften und so. Hat der da so einen gelben Filter drauf, so Sepia? Der Film sieht relativ gelb aus, aber es ist tatsächlich kein Filter, sondern einfach die Wüste. So, so. Also bei London has fallen, den habe ich damals in der PV auch gesehen. Ja. Da war das ähnlich. Also der war schon mehr so stirblangsam mäßig. Aber am Ende gab es dann auch noch mal irgendwas im Nahen Osten. Und da gab es dann auch noch mal so eine moralische Geschichte da irgendwie. Also es hat sich jetzt ein bisschen angehört, als wenn da Kandahar irgendwie so eine Fortführung von wäre oder so. Okay. Naja, also das Thema scheint den zu beschäftigen. Ja, ich hatte jetzt auch mal geguckt, aber scheint auf jeden Fall auch gebürtiger Amerikaner zu sein. Hätte ja sein können, dass der irgendwie, weiß ich, Wurzeln im Nahen Osten hat. Aber dem scheint jetzt erstmal nicht so. Ja, schwierig, schwierig, weil am Ende dann halt auch noch Gott irgendwie ein großes Thema ist. Kommt Gott drin vor? Nein. Allah, kommt Allah. Nee, aber, ach nee. Allah, der Name. Er hat mit dem Propheten Mohammed gezeigt. Äh, nein. Da gibt's richtig Ärger. Richtig. Nee, aber das hat mich dann leider auch ein bisschen gestört, dass er dann so viel Positives aus dem religiösen Glaube, sag ich mal, rausgezogen hat. Ich sag jetzt nicht, dass das schlecht ist, sondern es ist halt nichts, womit ich abgeholt werde. Das ist ja bei dir ähnlich. Ja, und dann halt, wie gesagt, das kitschige Ende ist halt dann letztlich dann doch wieder Hollywood-Kino. Von daher wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht, wem ich den Film empfehlen soll. Da wahrscheinlich keinem. Ich sehe gerade, dass Den of Thieves, ne, sagt ihr was? Da spielt auch Gerard Butler mit. Wie heißt der? Den of Thieves. Okay, ne. Ja, auf Deutsch heißt er Criminal Squad. Und da sehe ich gerade, dass ein zweiter Teil geplant ist. Da heißt Den of Thieves 2, Pantera. Okay. Ob der Phil Anselmo mitspielt. Ob da gute Musik läuft. Das glaube ich nicht. Ich auch nicht. Also sollen wir im Nahen Osten direkt bleiben? Ja, gerne. Ja. Okay, es hat mir das Urlaubsland natürlich vermasselt. Also Iran, Afghanistan, alles würde ich halt nicht als Urlaubsland zumindest nach diesem Film suchen. Vorher wolltest du auf jeden Fall. Hast du schon geplant. Nein, aber es ist halt wie so ein Reiseführer, der sagt so, geh da bloß nicht hin. Ja, gut, das ist ja häufig bei so Filmen. Da denkt man immer da, um jede Ecke ist halt eine Bombe oder so. Hinter jeder Ecke ist eine Bombe versteckt oder laufen nur Terroristen rum. Was natürlich nicht der Fall ist. Ja, okay, aber so übertrieben ist es nicht dargestellt, um das nur kurz zu reintrigieren. Ja, okay, gut. Du kannst auch in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt überfahren werden. Ist das eine Morddrohung oder was? Nein, es kann passieren. Aber es sollte nicht. Genau, das sollte nicht passieren. Ja. Dann bleiben wir doch im Nahen Osten und zwar bei Jivar Hajabi. Eben. Oder wie wir Bonner ihn natürlich auch kennen unter dem Namen Jatar. Heißt der die Xatar? Das schreibst du ja mit X? Genau. Jatar heißt der. Und das ist ein Rapper und ein Labelboss des Labels Alles oder Nix. Deutschrapfans wissen Bescheid. Oder auch Leute, die kein Deutschrapfans sind, wissen vielleicht auch Bescheid. Aber in erster Linie ist eben der Jivar bekannt dafür, dass er einen Goldtransport geklaut hat. Also Gold von einem Goldtransport. Das klingt nach einem dänischen Thriller. Ja. Ist tatsächlich passiert. Da war er auch in vielen Talkshows unterwegs und da wurde dann auch immer gefragt, wo ist denn das Gold? Und der Regisseur Fatih Akin hat sich zur Aufgabe gemacht, das Leben von Jatar zu verfilmen. In einem Film, der heißt Rheingold, der lief dieses Jahr oder letztes Jahr? Letztes Jahr. Jetzt läuft er auf Wow. Wow. Und ich habe mir auf Wow angeguckt, weil ich war auf Wow wieder unterwegs, weil Winning Time zweite Staffel läuft. Ist das Basketball die Geschichte hier? Ja, genau. Ale Lakers und so. Magic Johnson. Ja, sind die ersten beiden Folgen draußen. Ist auch wieder super geil. Egal, da habe ich gesehen, ah Rheingold wollte ich mir angucken. Und ich bin ja ein Fan von Biopics und von so, ja vielleicht Coming-of-Age-Dramen, könnte man sagen. Und von Rap. Ja, ein bisschen Rap. Musik, Musikfilm auch gut, aber die Musik steht hier gar nicht so im Vordergrund. Ist doch besser so. Der hat wohl, glaube ich, eine Biografie geschrieben und darauf basiert dann irgendwie das Drehbuch und eben dann der Film. Drehbuch und Regie eben von Fatih Akin. Sehe ich gerade, lief gar nicht so gut, glaube ich. Hat kaum sein Budget eingespielt. Okay, krass. Ich kann da ja nur zu berichten. Also der war, gut, er stimmt. Der ist ja Bonner. Die haben uns ja überlaufen. Das ist die Sache. Das war ja Ausnahmezustand. Das war ähnlich wie bei Barmheimer. Nur, dass du da noch, also da hat sie halt wirklich schlimmes Publikum, in Anführungsstrichen. Gewalttätige Jugendliche, Punkt. Ja, ja. Da kann er vielleicht nicht so viel für. Sagen wir es so. Es geht um sein Leben von der Kindheit über die Jugend bis zum Erwachsenenalter. Und ich dachte, dass das so ein bisschen actionmäßig aufgezogen ist und sich hauptsächlich um den Goldraub dreht. Der Film heißt ja Rheingold. Das ist natürlich aber auch eine Anspielung auf diese Saga, ist es glaube ich, dem Rheingold. Also doppeldeutig auf jeden Fall zu sehen. Es ist aber tatsächlich doch eher so ein Gangsterdrama. Ich mag Gangsterdramen. Ich mag Biopics. Das ist da schon mal eine ganz gute Mischung. Wir bekommen mit, dass er halt im Krieg aufgewachsen ist. Also im Gefängnis quasi als Kind. Weil seine Eltern gegen Khomeini waren, auf jeden Fall Widerstand geleistet haben. Und der Vater als Komponist hat dann halt Lieder gedichtet, die gegen das System waren. Was natürlich nicht gut ankam. Außer natürlich beim Widerstand. Dann über die Flucht, bis sie über Paris dann nach Deutschland gekommen sind. Da hat der Vater dann unter anderem in der Bonner Oper gearbeitet. Und das ist natürlich als Bonner auch sehr schön zu sehen. Denn es sind original Schauplätze. Bonner Oper erkennt man. Kennedybrücke. Bisschen Tannenbusch, bisschen Auerberg. Also ein paar nicht so schöne Gegenden. Aber es ist auf jeden Fall schön, das zu sehen. Haben auch so ein paar alte Haltestellen irgendwie wieder. Weil zum Beispiel die Stadthaus-Haltestelle in Bonn weiß ja, dass die nicht immer so aussah, wie die jetzt aussieht. Die haben sie zum Beispiel dann auch so dargestellt, wie sie halt früher war. Ach krass. Als er jugendlich war, vor 20 Jahren halt. Es ist sehr cool. Naja, er wollte halt irgendwie seiner Mutter helfen, dass sie nicht immer putzen muss. Und fing dann an, erstmal irgendwie so Pornos zu überspielen in der Schule. Und hat die verkauft. Ist dann von der Schule geflogen. Mutter sich geschämt. Also es geht so ein bisschen so um sein kriminelles Dasein. Da hat er irgendwann angefangen, Drogen zu verticken. Und hat ziemlich früh gelernt, weil er auch aufs Maul bekommen hat, sich aber dann zu wehren. Und hat gelernt, wie man auf der Straße kämpft. Trainieren gegangen und so weiter. Und hat sich dann halt einen Namen gemacht. Und hat da Respekt sich verdient auf der Straße. Bis er dann irgendwann es nach Amsterdam geschafft hat. Und dann da quasi über das Türstehergeschäft so Verbindungen zu einer Mafia aufgebaut hat. Und dieser Mafia hat er halt Geld geschuldet durch einen sehr unglücklichen Zufall. Was auch wieder lustig dargestellt ist. Der Film, das ist schon ernst erzählt. Und auch, du siehst halt die tragischen Figuren. Und das ist auch schon emotional auch erzählt. Man fiebert erstmal so ein bisschen mit. Weil man will ja auch irgendwie, dass er irgendwie Erfolg hat. Aber es ist natürlich halt alles kriminell, was er macht. Und du siehst dann aber auch immer, wie er dann seine Familie mit reinzieht. Und wie die halt darunter leiden. Ja, klar. Und das ist halt das Gute. Das ist halt der Fatih Akin-Dreh. Der glorifiziert das nicht. Sondern stellt ihm immer so einen Spiegel gegenüber. Unter anderem seine Jugendliebe gibt ihm immer wieder zurück. Von wegen so, ey, das ist scheiße, was du machst. Ich hab da keinen Bock drauf. Guck mal, was du deiner Familie antust und so weiter. Er hat halt diese Schulden. Und er kann die halt nicht schnell begleichen. Entscheidet sich dann zu diesem Goldraub. Der nicht so viel des Films einnimmt, wie ich gedacht habe. Aber was natürlich Auswirkungen hat. Und dann sehen wir natürlich auch, dass das später auf das Leben von Hatar Auswirkungen hat. Weil der Oberboss, der das mitbekommt, der sagt auch, diese Tasche, die wird dich dein Leben lang ficken. Das ist auch so. Weil jeder im Mainstream, der halt Hatar kennt, kennt den hauptsächlich durch den Goldraub. Weniger durch die Musik. Er hat ja halt dieses Alles-oder-nix-Label aufgezogen. Mit SSIO oder CEO. Mit Schwester Eva. Und die spielen auch hier ganz kleine Rollen. Also nicht die Künstler selbst. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht. Weil ich dachte auf jeden Fall so, ja, CEO und Schwester Eva lassen sich nicht nehmen, da selbst dann mal durchs Bild zu hüpfen. Ich habe Schwester Eva, glaube ich, einmal als Statistin irgendwo gesehen. Im Gefängnis als Besucherin. Aber die werden alle von Schauspielern gespielt. Und das fand ich eine coole Entscheidung. Die nehmen da aber auch nicht so die größte Rolle ein. Und ich finde wirklich, ich hing von der ersten bis zur letzten Sekunde, hing ich da am Bildschirm. Okay. Der Film geht zwei Stunden zwanzig knapp. Und finde ich wirklich ein gelungenes Gangster-Drama, ein gelungenes Biopic, weil der halt verschiedene Ebenen bedient. Das ist so ein bisschen, sagen wir mal so, die Buße. Also so ein bisschen, dass Hatar Buße tut und auch so ein bisschen, glaube ich, bei seiner Familie um Verzeihung bittet. Also der Vater hat früh die Familie verlassen. Mutter hat sich um ihn und seine Schwester gekümmert. Und es ist der Fokus eher darauf, dass er das bereut oder, ne, dass er vielleicht ein bisschen erklärt mit, ne, schwieriges Leben. Hatte halt nicht so viele Möglichkeiten. Aber dass er jetzt geläutert ist. Und Fatih Akin hat das seinem Vater gewidmet. Dem von Hatar? Akin's Vater. Also Akin hat das seinem Vater gewidmet. Der, glaube ich, letztes Jahr oder so verstorben ist. Wirklich gelungen. Ich hatte befürchtet, dass da sowas kommt wie Zeiten ändern dich. Das ist der Bushido-Biopic-Film, der wirklich total scheußlich ist. Also es war ein bisschen unrealistisch, dass ich das befürchtet hatte. Ich meine, bei dem Regisseur dachte ich schon, okay gut, so scheiße kann es jetzt nicht werden. Aber ich hatte befürchtet, dass es zu klischee-mäßig wird. Da kommen halt auch Erinnerungen hoch, ne. Die sprechen dann teilweise Bi-Sprache. Aber halt die Bonner Bi-Sprache. Was ist das? Von Bisexuellen? Oh, billa B, Brody. Ich hab das nie gekonnt. Kapitze nicht? Nee. Kapitze nebisch. Ja, ist auf jeden Fall nach jedem, also nicht nach jedem Vokal. Ja, das hab ich schon verstanden. Kommt immer ein Bi für die Leute, die das nicht kennen und so. Aber, das sagen die auch im Film, ne. Echte Bonner wissen auch, das kommt nicht nach jedem Vokal. Es gibt so bestimmte Wörter, macht man's nicht. Oder Endungen, da macht man's nicht. Keine Ahnung. Ich bin raus. Das war's für die Bonner. Egal, das ist dann schon irgendwie, ja, gerade als Bonner, ne, geht's so ein bisschen, damals hab ich's gehasst, ne, wie die Pest. Jetzt ist das so ein bisschen verklärte Nostalgie. Da ist das schon ganz lustig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kleidung, also es spielt ja viel so Anfang, Ende 90er, Anfang 2000er, ob die Kleidung wirklich zeitgemäß ist für die Verhältnisse damals. Du weißt doch, wie du damals ausgesehen hast. Ja, wie ich ausgesehen habe, aber ich weiß nicht, ob die, ob die Kennecks da und so. Muss man aber auch sagen, ne, wir waren ja eher in Bad Godesberg und da spielt ja sehr viel in Tannenbusch, Auerberg, die Ecke. Und das ist natürlich, also das ist ein 10 Kilometer Unterschied. Ja, und das haben wir immer gemieden. Ja, meistens. Man hat ja auch hier und da mal einen Kumpel, der da gewohnt hat oder so, den man mal besucht hat. Manchmal hat man sich ihre Schutzweste angezogen, ist Schutzmaske und ist rübergefahren mit der 16. Genau. Ja, die 10 Kilometer machen schon Unterschiede, das ist schon eine ganz andere Welt. Also wirklich gelungen, null langweilig, der bringt eine gewisse Spannung. Natürlich sind da einzelne Elemente garantiert natürlich überhöht, das sagt der Film ja auch, ne. Es ist basiert auf Wahnbegebenheiten, das ist ja so ein bisschen in Form gebracht, um da so eine Dramaturgie aufzubauen und bestimmt auch einige Sachen übertrieben. Aber hat mich auch wirklich überrascht und gewundert, wo der Film dann endet. Es geht dann doch wieder um die Musik. Man sieht zum Beispiel, wie er so sein Album im Knast aufnimmt. Ja. Es ist eigentlich kein Spoiler, wenn man das weiß, das ist halt das eine große bekannte Album von ihm. Und das ist ganz cool gemacht. Es geht aber wirklich viel und die meiste Zeit um ihn, um Liebe, um sich beweisen, dass er guckt, wo er bleibt, wo er hin will. Also eher so dieses Coming-of-Age-Gedönse und dieses Verlieren in der Kriminalität. Und Musik ist dann immer eher so ein Nebenschauplatz, wird dann aber immer wichtiger und dann endet der Film eigentlich auch in einem passenden Moment. Also er hat mich wirklich positiv überzeugt. Ich war etwas überrascht, dass er mir dann doch so gut gefallen hat. Er hat sich bewegt. Ja, kann man so sagen. Ja, schön. Es ist ja auch einer der wichtigsten deutschen Regisseure, zumindest der Moderne, was mir auch ein bisschen nochmal vor Augen ruft, dass ich noch ein paar Filme aufzuholen habe. Oh ja, ich auch. Zum Beispiel Solino habe ich nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, Soul Kitchen habe ich auch nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Das weiß ich. Aber letztlich habe ich jetzt auch nur den Titel raushauen wollen, damit sich vielleicht ein Patron das wünscht. Ich habe da einen ganz besonderen im Auge. Chick ist auch nicht schlecht. Ja, der ist ja auch von nicht allzu langer Zeit. Ja, 2016, den habe ich auch gesehen. Aus dem Nichts, den müsste ich auch mal gucken. Goldene Handschuhe haben wir gesehen, besprochen. Natürlich. Aus dem Nichts habe ich auch gesehen. Ja, ist auf jeden Fall gutes Zeug dabei. Wollen wir dann bei Musik leiben? Wenn es denn sein muss. Wie wäre es denn mit Live-Musik? Kenne ich, kann ich. Aber gute, ich rede von guter Musik. Die kannst du leider nicht. Na, Ansichtssache. Flügel und Harfe. Du hast mich nämlich auf eine Idee gebracht, weil ich ja irgendwie von Konkurrenz zum B-Fest, das ja jetzt am 9.10., nee, am 9. sein wird, gesprochen. Und dann meinte ich so, wie sind die Stummfilm-Tage? Und dann meinte ich so, nee, da ist halt Kino-Fest in Deutschland. Und dann ist mir aufgefallen so, ja, guck doch mal, wann sind die Stummfilm-Tage? Und dann ist mir aufgefallen, ja, die sind ja schon fast vorbei. Und dementsprechend habe ich da quasi alles verpasst. Und dann haben wir entschieden, also dann bin ich mit meiner Freundin zumindest noch am letzten Tag, das war tatsächlich gestern, haben uns noch den Abschlussfilm angeschaut. Na, immerhin. Ja, immerhin, dementsprechend einen Stummfilm zu später Stunde in Dunkelheit gesehen und mit fantastischer Begleitung in Form von Livemusik am Flügel und an der Harfe, wobei ich sagen muss, den Flügel habe ich weniger gehört, weil die Harfe doch sehr dominant war. Ja, es waren dann auch noch Flöten, Töne, die da nicht live gespielt wurden, sondern die im Soundtrack des Films quasi waren. Zumindest habe ich das so interpretiert. Ja, das ist ein 100-Minüter, ein Film aus Finnland. Oha. Ja, und es ist tatsächlich auch erst der zweite finnische Stummfilm, der gezeigt wurde. Es ist das 39. Festival gewesen, das in der Bonner Universität ausgetragen wurde. Aber tatsächlich ein recht besonderer Film, sagen wir es mal so. Weil das ein Film ist, der ja nicht der erste Genre-Mix ist, aber es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Genre-Mix, weil der Regisseur Toivo Puro, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, der hat Elemente vom Liebesfilm hauptsächlich, Drama, Krimi und Mystery genommen und hat daraus einen sehr fantastischen Film geschaffen. Der Film ist viragiert, das heißt in dem Fall in Sepia, also in Sepia eingefärbt, handelt von drei Freunden, Studentenfreunden. Die haben wahrscheinlich Semesterfern sowas in der Richtung, wird natürlich nicht genau erklärt, weil wir kriegen ja auch immer nur eine Handvoll Informationen über die Tafeln. Die haben auf jeden Fall in irgendeiner Form Ferien und wollen dann raus mit dem Boot und finden dann auf dem Weg einen merkwürdigen alten Mann, der auf einem Fischerboot einen in den Lang kreuzt. Und er sieht selber eine Erscheinung, die sie auch mitkriegen, was auch sehr interessant aussieht. So eine Frau, die dann auf diesem Boot erscheint, ihm und das kriegt sie halt mit. Und nach dieser komischen Begegnung landen sie auf einer Insel. Dort lernen sie dann einen, das war glaube ich dann auch ein Fischer kennen, seine Tochter, die schön sein soll, aber was das angeht, in den Zeiten, der Film ist von 1926, ich weiß nicht, ob man da groß von Schönheit reden kann, aber... Ich fand die Leute damals nicht schön. Nein, definitiv nicht. Und einen Landarbeiter, also den er angeheuert hat, der ein bisschen zwielichtig erscheint. Einer der drei Studenten entscheidet dann, weil er die Dame ganz nett findet, auf dieser Insel zu bleiben, tatsächlich auch den Sommer dort zu verbringen. Und die anderen beiden verlassen dann diese Insel und fahren nach Hause und dann sieht man die halt auch bis zum Schluss nicht mehr, Spoiler. Und dann sehen wir halt, wie, und das ist dann halt auch ein großer Teil dieses Films, diese Liebesgeschichte, wie dann halt die Liebe zwischen den beiden aufkeimt. Dazu kommt dann aber noch mehr Mystery in Form von Visionen, ein Tagebuch, was uns dann auch in die Vergangenheit zurückversetzt. Das hat dann halt auch Rückblenden, ich weiß nicht, wie weit das 1926 schon etabliert war. Könnte man denken, dass das da schon relativ neu war. Und bringt dann, wie gesagt, immer wieder so mysteriöse, dramatische Elemente mit rein und hält dich bei Laune. Und vor allem halt auch bietet eine gewisse Grundspannung. Und die wird dann halt fantastisch hier von der Harfe vor allem halt begleitet. Die Pointe tatsächlich, muss ich leider gestehen, habe ich letztlich nicht verstanden. Er war ja auch finnisch dann, ne? Es war tatsächlich mit finnischen Untertiteln, aber auch natürlich englischen. Das war dann so schön geteilt. Konnte man natürlich gut mitlesen, aber ich muss sagen, ich hatte leider, da ich davor gearbeitet habe und... Hattest du Ripoli? Ich weiß gar nicht mehr, die hieß, die Band, die hat sich ja so genannt, die Band, aber... Weiß nicht mehr, was das heißt? Durchfall. Ah, okay. Nee, ganz im Gegenteil. Ich hatte Müdigkeit. Ich hatte Müdigkeit. Nee, mir sind tatsächlich regelmäßige Augen zugefallen. Und so hatte ich leichte Schwierigkeiten, die Pointe zu verstehen. Also das große Geheimnis, was aufgedeckt wurde. Ich kann aber sagen, dass es dennoch relativ spannend war. Besonders, weil er halt mit so ein paar Kniffen hier, wie gesagt, mit den Rückblenden und denen... Wenn es so eine Überprojektion arbeitet, wenn es um die Geistererscheinung geht und so arbeitet. Und es zeigt halt auch wieder, wie schön so ein Stummfilm funktionieren kann. Auch wenn man jetzt die ganze Musik wegnimmt. Wie man es in den Zeiten dennoch geschafft hat, uns den Eindruck zu vermitteln, hier quasi Bild und Ton zu sehen, obwohl wir gar keinen Ton haben. Nur dadurch, dass wir halt quasi durch die Tafeln das, was wir vorher auf den Lippen, sag ich mal, gelesen haben, dann halt noch gezeigt kriegen. Ja, war sehr interessant, den gesehen zu haben. Ich habe den Titel noch gar nicht genannt. Ja, ich hatte mich schon gewundert. Antlitz... Ne, vor dem Antlitz des Meeres. War leider dann der einzige Film, den ich dort sehen konnte. Nächstes Jahr werden wir das mal ein bisschen besser auf dem Schirm haben. Weil die Sache ist auch, dass da Facebook und so Algorithmen... Also ich bin ja nicht so groß in Facebook, aber meine Freundin ist ja hin und wieder ein bisschen unterwegs. Und da hat der Algorithmus wohl nicht funktioniert. Weil normalerweise kriegt man ja ständig Werbungen von irgendwelchen Veranstaltungen, die man irgendwann mal besucht hat. Aber da kam wohl nicht ein Bild oder eine News oder sonst was dazu. Was halt sehr schade war, war ja dann halt wieder fast zwei Wochen geht das, meine ich, in der Regel. Oder zumindest so anderthalb Wochen. Das ist ja eine Unverschämtheit, dass man da selbst nach Informationen suchen muss. Da leben wir in einer Zeit, wir werden ja von Informationen zugeschissen. Ja, theoretisch, ne? Und das finde ich dann halt bemerkenswert, dass sowas dann an einem komplett vorbeigeht. Unverschämtheit. Ich finde es schon erstaunlich, dass das dann so nicht funktioniert. Weil ich auch sagen muss, inwieweit... Oder ich frage dich mal, inwieweit wurdest du mit Fantasy Filmfest zu bombardiert mit Werbung bis dato? Ja, schon. Also ich kriege das im Instagram-Feed, bekomme ich es die ganze Zeit mit. Aber ja, es ist auch so, dass Leute von der Veranstaltung mir halt Infos schicken. Ja, okay. Also ich bin da eh ein bisschen anders involviert, weil ich habe da ja auch ein paar, was für Filme schon geschrieben. Und bin ja auch mit Deadline da so ein bisschen verbandelt. Also es ist schwierig, mich sowas zu fragen. Also ich bin ja nicht repräsentativ. Das wollte ich sagen. Ich sehe jetzt ja auch, dass bei uns bei Instagram, also bei Filmfressen, kommen ja so langsam jetzt mal ein paar Beiträge. Aber wie ich finde, auch relativ spät, weil wir sind einen Monat vorher. Gut, die Filme stehen jetzt noch nicht so lange fest, aber dennoch Werbung? Weiß ich nicht. Also ich habe das Programm, wenn du es haben willst. Welches Programm? Ja, Fantasy Filmfest. Achso, das habe ich auch. Danke. Ist das schon offiziell draußen? Ja, ja, klar. Achso, ich war mir nicht sicher. Der Matthias hatte mir da was geschickt. Die Dauerkarten sind auch schon lange ausverkauft. Ja, ich werde da sein. Du wirst da sein? Oh nee, ist schon wieder eine Androhung. Auch. Ja, da sind einige interessante Filme. Ich freue mich da schon drauf. Ja, wir werden ja wahrscheinlich davon berichten. Ja, ich habe ein kurzer Nachtrag zu Rheingold. Tut mir leid, ich habe einfach nur erzählt, was da passiert ist und dass ich das irgendwie cool fand und so. Reicht doch in der Regel. Ja, um ein bisschen einzuordnen vielleicht noch. Also Fatih Akin legt ja sehr viel Wert, meist auf Realismus. Ja. Ja, und es kommt sehr authentisch rüber, die meisten Sachen. Also man fühlt das wirklich. Es ist dann so von der Stimmung her manchmal so ein bisschen wie La Enne, der Hass. Ja. Der französische Film. Er geht das so in diese Richtung oder Pusher, Pusher-Trilogie von Reven zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht so auf Action und auf die Fresse gemacht, außer in manchen Szenen. Hat auch ein paar schöne visuelle Einfälle. Da funktioniert es dann doch eher so auf dem Drama-Aspekt. Okay. Cool auf jeden Fall. Auf welcher Ebene funktioniert denn der nächste Film, den wir gesehen haben? Der könnte auf einer B-Movie, Bad-Movie-Night-Ebene funktionieren. Findest du? Ja. Okay, weil ich muss nämlich ehrlich sagen, wir reden jetzt über Metamorphosis oder auch Lizard, die totale Mutation. Ja, Spoiler an der Stelle. Ja gut, das ist ja Titel, ne? Ja, trotzdem. Spoiler im Titel. Ja, aber es ist ein Spoiler, wenn du sagst, dass es ein Spoiler ist. Vorher ist es kein Spoiler. Ah, verstehen Sie diese Meta-Ebenen? Natürlich. Du kannst ja Mutationen vielfach interpretieren. Aber das Ding ist halt im Bahnhofskino erschienen. Das heißt, Scene is Strange hat uns den zur Verfügung gestellt. Ja, vielen Dank, Yazid und Co. Auf jeden Fall. Schön, dass wir den besprechen dürfen. Wir haben den auch schön im Booklet, im Booklet, im Mediabook erhalten. Ja, in einem ganz besonderen Mediabook. Genau, das werden alle schon gesehen haben. Ich habe dazu ja ein kleines Reel gemacht. Ja, drück mal drauf. Hört man das? Ja, oder? Ja, ja. Als ich das das erste Mal gedrückt habe, habe ich mich echt erschrocken. Ich weiß, ich habe es mitbekommen. Ja, das war auch ein kleiner Renner auf der Filmbörse in Neuss. Ah, okay. Da haben wir auch viele drauf rumgedrückt und so. Ah, geil. Ja, genau, Bahnhofskino. Das heißt, es geht schon so ein bisschen, wird so als Trash-Film... Vermarktet. Das ist aber falsch. Ja, ich weiß nicht. Hast du den Film zu Ende geguckt? Ja, ich glaube schon. Also, ja, wir kommen gleich dazu. Nee, eigentlich ist es ein Genre-Film. Ja. Es ist ein reinrassiger Genre-Film, B-Movie von Regisseur Luigi Montefiori, a.k.a. George Eastman. Der ist sehr häufig unter dem Pseudonym George Eastman aufgetreten und hat da unter anderem ein Neugeborenes gegessen. Als Man-Eater zum Beispiel. Er hat in zig italienischen Produktionen, vor allem Genre-Produktionen, mitgespielt. Er hat aber auch Drehbücher geschrieben und eben auch Regie geführt, unter anderem jetzt hier bei Metamorphosis oder Lizard aus dem Jahr 1990. Das kam einfach mit der Post, so nach dem Motto, ey, viel Spaß damit. Ja. Weil Yazid weiß, okay, wir haben so ein Herz für so Genre-Produktionen und für Filme aus der zweiten oder auch aus der dritten Reihe. Nicht für alle, aber hat gedacht, das könnte was für uns sein. Und ja, haben wir uns reingezogen. Ich hatte den vorher nämlich noch nie gesehen. Ich kannte den nicht. Geht mir genauso. Äh, doch, hast du. Der Film heißt nur anders. The Fly. Ja, ja. Ja, schon. Ja, gut. Ja, schon sehr, sehr nah dran. Sehr nah dran. Ja, gut. Jeder Pore fühlst du diesen Film. Aber es ist halt qualitativ schon auf dem anderen. Ja, natürlich. Ja, ja, vom Thema her schon. Was passiert denn? Da ist ja der Peter, der ist Wissenschaftler. Richtig. Der Peter, der Hausman. Ja, der ist Wissenschaftler und der forscht an Genomen und er möchte im Prinzip das Alter aufhalten. Der erforscht Genome? Zu kleinen Menschen? Genau, Genome. Ach so. Nee, an Genomen. An der menschlichen DNS. Das finde ich sehr schön, dass du DNS gesagt hast. Da geht mir das Herz auf, wirklich. Es gibt so viele Menschen, die einfach DNA sagen. Ich weiß, mittlerweile heißt es im Deutschen auch DNA, aber ursprünglich heißt es DNA. Ja, oder DNA im Englischen. Er möchte halt das Altern aufhalten von menschlichen Zellen und daran forscht er. Und das Problem ist, dass er jahrelang so viel Geld bekommen hat, ohne dabei Erfolge oder Fortschritte nachweisen zu können, sodass ihm die Universität eine nette Dame auf den Hals schafft, die das halt überprüfen soll. Das ist die Sally Donnelly. Die soll halt gucken, inwieweit man überhaupt noch Geld ihm zur Verfügung stellen sollte, weil wie gesagt, man bis dato halt noch keine Fortschritte gesehen hat. Nix kommt bei rum. Genau. Das Problem ist nur, dass sich beide in gewisser Form irgendwie ziemlich heiß finden und daraus dann schon in gewisser Form eine Liebesgeschichte, eine Liaison entsteht. Eine wilde Liebesgeschichte. Genau. Ja, und wir sehen aber, dass der Doktor auf jeden Fall auch Fortschritte macht, weil er das unter anderem dann auch letztlich mal an sich selber testet. Weil also an Tieren sieht man zumindest, hat er es auch schon mal getestet und da sorgt das für sehr unterschiedliche Ergebnisse. Cat dead. Details later. Genau. Zum Beispiel Ratten explodieren davon und noch dies und das. Auf jeden Fall, er injiziert sich das irgendwann selber. Stimmt, ein Affe war auf jeden Fall noch im Spiel. Ja. Der wird dann, glaube ich, einfach nur aggressiv. Ja, aber vor allem die Injektion. Das mit einem riesen Nadel. Ins Auge. Boah. Durchs Auge ins Gehirn sozusagen. Ganz schön fies. Aber er macht das, wie gesagt, an sich selbst. Und wie der Titel halt sagt, macht er dann eine Metamorphose in gewisser Form durch. Und diese Mod... Ach so, okay, jetzt weiß ich, worauf du heute aus willst. Was das für ein Trash macht. Ja, okay. Ja. Ich sag nur T-Rex. Ja, aber man macht dann quasi eine Metamorphose durch wie... Scheiße, wie heißt er? Er ist Curtis Connors. Genau. Richtig. Lizard, der Spider-Man-Bösewicht. Ach so. Der im Prinzip das Gleiche gemacht hat. Das ist ein Wissenschaftler, der da auch irgendwas mit Genforschung macht. Ich glaube, geht es aber auch ums Altern oder irgendwie, um die Menschheit von Krankheiten zu befreien. Und er verwandelt sich halt in eine große Echse. Und der heißt einfach Lizard. Ja. Ist ein Gegenspieler von Spider-Man. Genau. So ähnlich ist es hier auch. Obwohl er dann... Er wird erst mal alt. Also sieht so aus, als wenn er alt hat. Dann sieht er so ein bisschen aus, wie Freddy Krüger auf Wish bestellt. Dann kommt irgendwann so ein bisschen das Echsenwesen so durch, so mit den Zähnen. Und dann gibt's die Endeinstellung. Die letzte Einstellung, seine finale Form. Das ist schon sehr lustig. Also da habe ich schon gelacht. Fand ich sehr, sehr lustig. Auf jeden Fall. Da hätte er auch mehr Laura Gämser erwartet. Ja, die hat eine Nebenrolle als Nudde. Bitte. Schade, dass sie keine größere Rolle bekommen hat. Der Hauptdarsteller, der den Peter Hausman, oder wie der auch heißt, spielt, das ist der Gene LeBrock. Genau. Den kennen wir auch aus dem fantastischen Fortress of America von Troma, den ich mal bei dem Bewegtbild-Banausen besprochen habe. Ein absoluter schon Scheißfilm. Er spielt halt so Banane, dass ich es halt irgendwie sehr unterhaltsam fand. Auf jeden Fall. Also es spielt richtig, richtig kacke. Aber so unterhaltsam kacke. Deswegen sagte ich, es ist schon so für eine Bad-Movie-Night. Also sie macht's aber auch nicht viel besser hier, die Catherine Baranoff. Eigentlich alle Schauspieler. Aber sie ist bemüht, das irgendwie ernsthaft rüberzubringen alles. Ja, genau. Sie ist stets bemüht, sie schreit auch ein bisschen rum und so. Ey, was soll ich denn sagen? Ich finde ja, solche Filme, also früher, klar, hat man die geguckt, weil Genre und irgendwie Horrorfilm und alles mitnehmen. Dann irgendwann war das bei mir so, dass ich so ein bisschen da gefühlt rausgewachsen bin und gesagt habe, so, ey, nee, ist doch eigentlich Schund. Und mittlerweile gefällt mir dieser Schund. Also ich gucke mir solche Sachen halt viel lieber an, als irgendwie den nächsten großen Blockbuster im Kino und habe damit einfach eine bessere Zeit. Ja, was soll ich sagen? Also ich fand den schon echt ganz lustig. Ja, bin ich dabei. Mich hat halt überrascht, dass der Trash-Faktor nicht ganz so hoch war. Mir haben besonders natürlich die Laura-Gemsa-Szene gefallen. Ich fand's lustig, dass dann letztlich auch so ein bisschen was von Hulk geklaut ist, ne? Weil hier das mit den grünen Augen. Total, es sieht aus wie die 70er-Jahre-Serie. Ja, auf jeden Fall. Ich fand die Musik sehr, sehr gelungen. Ich fand das Zusammenspiel der Parteien immer ganz lustig, weil er ja auch wirklich so eine Metamorphose wie, wie heißt der nochmal die Figur aus The Fly? Die Jeff Wogan? Ein Brundle Fly. Ja, genau. Was der ja auch für so eine Entwicklung durchmacht, vor allem halt auch, was den Gemütszustand angeht, ne? Es ist ja in beiden Filmen so, dass halt so das Animalische zum Vorschein kommt. Nur hier ist dann tatsächlich auch so ein bisschen der Unterschied, dass er Aussätze hat, also Erinnerungsaussätze hat, die Brundle, meine ich, nicht hatte. Genau, stimmt. Das haben wir ja gar nicht gesagt, dass er irgendwann einfach nicht mehr weiß, was er getan hat und was nicht. Er wird ja auch extrem aggressiv. Deswegen sprach ich da von einer wilden Nacht, dass er sie quasi beim GV, beim Geschlechtsverkehr, beim Bumsen, dann auch so hart ran nimmt, dass sie blutet. Und ich meine jetzt nicht untenrum, sondern halt wird er sehr aggressiv und gewalttätig. Kann sich aber nichts erinnern. Und sie rastet natürlich vollkommen aus, wenn sie ihn halt sieht. Und er sagt dann, äh, halt stopp, was ist denn hier los? Es ist ja schon so, dass er merkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja, er fragt ja auch um Hilfe dann quasi. Genau. Und er recherchiert ja dann auch. Ist ja dann ein bisschen auch so irgendwo wie so ein Whodunit. Nur, dass er sich selbst dann halt als Täter quasi entlarvt. Aber dann halt auch so der tragische Held ist, weil er, ich meine, es ist ja schon mal gut, dass er es an sich selbst und nicht an jemand anderem getestet hat. Aber man sieht ja die Konsequenzen dessen, das, was er damit nicht nur sich angerichtet hat, sondern auch seiner Umwelt, weil er halt gewalttätig wird und das noch nicht mal merkt. Was ihn halt zu einer tragischen Figur macht. Wie Chatar im Prinzip auch, ne? Willst du das echt vergleichen? Ja, der hat ja auch erst später realisiert, was er dann seinem Umfeld angetan hat. Okay. Und heute immer noch mit seiner Musik antut. Ja. Ja, das muss ich sagen, ich habe die Musik von ihm überhaupt gar nicht so großartig verfolgt. Immer andere Sachen da im Deutschrap gehört. Kein nächster von. Nee, ach, insgesamt hat der Film mir dann doch gefallen, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Fand ich schon, hat mich schon gefreut, dass wir den geschickt bekommen haben und dann auch noch in so einer coolen Edition mit Schreifunktion und leuchtenden Augen. Finde ich eigentlich... Finde ich, ist schon wert, sich in die Sammlung zu stellen, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Dazu das Ganze wieder auf Blu-ray und auf DVD. Es ist insgesamt das erste Mal uncut auf Scheibe, vier Minuten länger. Und es gibt natürlich auch ein schönes Booklet von Harald Mühlbeier. Der hat das Ganze unter den Titel Jekyll, Freud und Mutationen gepackt. Das finde ich auch relativ gelungen, das Booklet zumindest, was den Inhalt angeht, weil er da auf jeden Fall auch die Ursprünge angeht. Nur so diese Zwischenmenschen, die so Frankenstein etc. papé. Aber dann vor allem halt auch auf den inneren Kampf, hier so am Beispiel von Jekyll und Hyde, zitiert er dann diesen Film hier. Fand ich einen schönen Mehrwert. Und wenn du dann halt auch noch diesen Trash-Button hier hast, das ist echt cool. Durchaus gelungene Aufmachung. Das Ganze ist wieder in zwei Covern erschienen. Wir haben hier Cover A vorliegen mit unserem Hauptdarsteller, der quasi die Spritze ins Auge kriegt. Und das Ganze ist limitiert auf 333 Stück. Ich glaube, das ist bei Cover B das Gleiche. Also schlag zu, nur noch 17 verfügbar. Genau. Nee, aber lohnt sich auf jeden Fall für Trash-Fans und für alle Leute, die sich um das Thema The Fly herum auch noch anderweitig mal gerne umschauen können. Und Fans von Laura Gemser natürlich. Selbstverständlich. Laura Gemser Komplettisten. Hallo lieber Daniel. Genau. Wir müssen auf jeden Fall sich den Film besorgen. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, so ein richtig Trash. Also es ist jetzt kein Samurai-Cop oder sowas. Der ist jetzt auch nicht dilettantisch inszeniert. Es gibt halt so ein paar Sachen, okay, die sind halt dem Budget geschuldet. Man merkt halt, es ist wenig Geld da. Die Mucke fand ich eigentlich ganz cool. Genau. Also der Film sieht auch aus eher wie Spät-70er, Anfang-80er. Was dem Film aus meiner Warte natürlich sehr gut zu Gesicht steht. Wertet ihn auf jeden Fall auf. Ja, dabei ist er von 1990. Ja, genau. Fand ich dann cool. So ein bisschen so Maniac-Vibes und so. Und ja, ja. Ist dann so ein bisschen sleasig auch. Ja. Und hat so eine unangenehme Atmosphäre. Ja, doch. Also gefällt mir. Ist dann, wie gesagt, einfach mehr fieser, nischiger B-Film als wirklich jetzt Trash. Genau. Und Kenner schmunzeln jetzt natürlich wieder. Wir sind nicht am Ende, aber wir sind beim Patreon-Pick angekommen. Und wir haben es diese Woche nicht geschafft, unseren Patron und seinen Pick irgendwie zu überraschen. Weil unser guter Patron, der Florian, leider herausgefunden hat, dass wir seinen, also zumindest einen seiner Picks, hat sogar genau gesehen, herausgefunden, welchen Pick wir gezogen haben. Aber jetzt können wir ihn leider nicht überraschen und vor allem, ja doch, wir können ihn überraschen, weil er auch noch nicht weiß, wie ich den fand oder finde. Ja, schuld war ich. Ich habe so einen Letterboxd-Account. Der Thorsten war schuld. Thorsten ist immer noch schuld. Das ist ein richtig krasser Insider. Da schmunzeln jetzt ganz wenige nur. Naja, die Sache ist, ich habe vergessen, dass meinem Letterboxd-Account tatsächlich auch ein paar Leute folgen und die sich wirklich angucken, was ich da manchmal schreibe. Wie heißt du da nochmal? Manu Filmfressen. Und ich benutze das immer so ein bisschen als Tagebuch, um dann zu sehen, auch was ich so geguckt habe die Woche, um nochmal zusammenzutragen für den Podcast und auszuwählen, welche Filme ich dann nehme. Weil auch tatsächlich nicht immer alles dann in den nächsten Podcasts das reinschafft, aus Zeitgründen. Und deswegen meistens bewerte ich die Filme nicht. Aber manchmal schreibe ich so ein paar Zeilen dazu und gebe auch eine Bewertung ab. Und so habe ich es auch bei dem Film aus dem Jahre 1931, City Lights, auch bekannt unter dem Titel Lichter der Großstadt, von und mit Sir Charles Chaplin, habe ich getan. Du meinst Hitler. Sir Charles Hitler. Was? Wer ist das denn? Nee, wegen seines schönen Bartes. Ja, ja, den hat er von Hitler geklaut. Ja, von wem sonst? Nein, wie das bei den Nazis so häufig der Fall ist, haben die das natürlich wieder irgendwo geklaut. Es war einfach der Stil damals, ich glaube so dieses Oberlippenbärtchen war da insgesamt schon recht angesagt in den 20er und 30er Jahren. Es ist ein Stummfilm, es ist der letzte Stummfilm von Charlie Chaplin und es gab schon Ton. Also es gab zu dem Zeitpunkt in der Tat schon Filme mit Dialog. Aber der Charlie hat gesagt. Will ich nicht. Halt, stopp. Alles bleibt so wie es ist. Ja. Machen das so, wie es immer gemacht haben. Und das ist aber auch nicht schlimm für den Film. Was er aber gemacht hat, er hat Sound reingebracht. Genau. Es gibt da mal eine Glocke zum Beispiel beim Boxkampf oder so ein paar Geräusche auf jeden Fall. Neben der Musik, die war natürlich eh klar bei Stummfilm. Du hast ja eben schon über Stummfilm gesprochen. Bei den Stummfilm-Tagen in Bonn ist ja dann Live-Musik sogar dabei, so wie es früher auch im Kino war. Und ansonsten wird natürlich kommuniziert oder Dialoge finden dann in Form von Texttafeln statt. Natürlich schwarz-weiß, Farbe gab es dann damals noch nicht. Und es geht um den Tramp, The Tramp, die Figur von Charlie Chaplin, der hier eine blinde Dame kennenlernt. Und er findet die ganz gut. Sie sieht das anders. Gar nicht, nämlich. Hält ihn aber halt für einen reichen Typen. Richtig. Weil da nämlich auch irgendwie ein reicher Typ dazwischen kommt, also bei deren Kennenlernen und so weiter und so fort. Aber er ist eigentlich mittellos oder hat halt nur wenige finanzielle Mittel zur Verfügung. Sie verkauft da Blumen. Darüber kommen wir so ein bisschen ins Gespräch. Sie flirten da und so weiter und so fort. Später kommt es durch einen Zufall dazu, dass er einem sehr reichen Mann das Leben rettet. Genau. Weil der ist sturzbesoffen und fällt da in den Rhein. Also das ist bei uns auch früher passiert, auch häufig. Und er fällt dann da in den Fluss und der Sir Charles Chaplin rettet ihn, zieht ihn dann da raus und die werden die besten Homies. Allerdings immer nur, solange der reiche Typ besoffen ist. Richtig. Und sobald er nüchtern ist, denkt er, was ist das denn für ein Penner? Richtig. Raus aus meinem Haus. Get off my lawn. Was ist das denn hier? Der Butler, der mag ihn ja sowieso nicht. Der will ja sowieso das Gesindel immer raushaben. Aber manchmal ist der Typ halt dann wieder besoffen und dann sind halt wieder beste Freunde. Und so entsteht da so eine Dr. Jekyll und Mr. Hyde Beziehung. Stimmt, ja. Schon gewisse Formen. Also kommen und gehen, ein Hin und ein Nicht-mehr-Hin. Und er beschließt auf jeden Fall, dass er der jungen Dame, in die er sich halt verguckt hat, der Tramp, beschließt, ihr eine Augen-OP zu bezahlen, damit sie wieder sehen kann. Genau. Dafür braucht er Geld. Das war damals schon so. Ist heute nicht anders. Und er lässt sich dann einiges einfallen. Macht dann so ganz viele Nebenjobs. Genau. Müllmann. Boxen. Boxer. Das ist die ganze ganz große Szene natürlich. Nein, im Boxring und so weiter. Um ihr dann das Augenlicht zu schenken. Und dann gibt es ein ganz romantisches und sehr berührendes Finale sozusagen. Und das ist gespickt von vorne bis hinten mit albernem Slapstick-Humor. Gefällt dir gar nicht, oder? Ich finde das ziemlich albern. Das ist so, der ist halt so ein Körperklaus, ne? Der Charles Chaplin. Damit hat er halt sein Geld verdient. Korrekt. Ja, ein bisschen rumhampeln. Ein bisschen Grimassen ziehen. Hinfallen, nicht hinfallen. Haha. Das anderthalb Stunden lang. Puh. Muss man schon mögen. Ja, dir ist auch schon bewusst, ne? Dass ich dir von Anfang an nicht geglaubt habe. Also auch schon im Vorgespräch. Ich habe es im Vorgespräch schon versucht, dem Peter zu erzählen. Das ist total kacke, finde. Ist natürlich nicht der Fall. Der Film ist absolut großartig. Wobei mittlerweile, ne? Also von wegen, dass er angestaubt hat. Beziehungsweise, dass dir Slapstick heute nicht mehr gefällt. Maximal als Kind gefallen hat. Genau, bin ich rausgewachsen. Ja. Ja, vollkommen richtig. Nein, es stimmt ja nicht. Weil der Film ist super lustig. Ja. Ich habe den, glaube ich, als Kind bestimmt schon mal gesehen. Früher liefen die Charlie Chaplin Filme und auch sonstige Sachen liefen halt im Kino. Und sie liefen auch im Fernsehen. Damals war für mich Charlie Chaplin einfach nur haha lustig. Typ fällt hin, fällt nicht hin. Sowas halt, ne? Ja. Gar nicht gesehen, was der hier noch sozialkritisch, sozialpolitisch, politisch da noch so eingearbeitet hat. Und dann auch noch so diese wirklich tiefgründige Romanze zwischen den beiden. Der Film, der spielt da auf ganz vielen Ebenen und auf einem ganz hohen Niveau. Nicht umsonst ist das der Lieblingsfilm oder einer der Lieblingsfilme von renommierten Regisseuren. Unter anderem Kubrick, Austin Wells und so weiter. Die haben alle, äh, Tarkowski, die haben alle gesagt, Chaplins bester Film. Und ich glaube auch teilweise, dass es für sie also mit der beste Film aller Zeiten ist. Und ich finde den großartig aus diversen Gründen. Chaplin selbst natürlich ein absoluter Perfektionist. Kein Wunder, dass das Kubrick gefallen hat. Szenen bis zum Erbrechen wiederholt. Hitchcock-mäßig sich mit seiner Leadfrau angelegt. Da hat Leute gefeuert vom Set und dann hat er sie auch wieder eingestellt. Also dadurch, dass er mit seiner eigenen Produktionsfirma gedreht hat, ich glaube, der hat über zwei oder drei Jahre, hat er an dem Film rumgeschraubt und gewerkelt. Teilweise irgendwie ein, zwei Monate Pause und dann wieder doch weiter. Also hat für die damalige Zeit unglaubliche, ich glaube, anderthalb bis zwei Millionen Dollar in den Film gebuttert. Also astronomische Summe damals, ne, 30er Jahre, Anfang 30er. Es hat sich aber gelohnt, ne, weil der ist wirklich vom Timing her, ist das top. Es gibt am Anfang diese Szene mit, wo er dann droht, in dieses Loch zu fallen. Wo dieser Aufzug da ist an der Straße. Ja. Dieser Lastenaufzug. Ja, es ist vom Timing her super, also wirklich perfekt choreografiert. Wo wir beim Thema Choreo sind, natürlich der Boxkampf. Mega. Grandios. Es ist halt sehr, sehr lustig, auch wenn die sich da besaufen und so, ne, wenn er, wenn er, der reiche Typ ihm dann so den Whisky oder was es ist, den Alkohol dann da in die Hose kippt und so, ne. Und er halt keine Mine verzieht. Das ist ja das Geile. Er ist halt so der liebevolle Trottel, der absolute Sympath. Also auch wenn er das vielleicht privat so nicht war, ist ja auch scheißegal. Er hat die Figur, The Tramp, von Charlie Chaplin gespielt. Und es ist ja nicht nur der Hut und ich gehe lustig und der Bart und so. Da passiert in seinem Gesicht ja auch sehr, sehr viel. Ich habe auch gelesen, dass er quasi allen Beteiligten da, die das, was sie machen sollen, vorgespielt hat. Er ist sogar so weit gegangen, dass Leute der Meinung waren, am liebsten hätte er alles selbst gespielt. Hätte er wahrscheinlich auch. Finde ich wirklich von der Dramaturgie her, vom Timing, Pacing, von allem. Also der Humor ist hier genauso wichtig wie die Liebesgeschichte, wie die Sozialkritik. Und das gibt sich so die Hand. Das ist ein Meisterwerk. Ja, super. Was soll ich jetzt noch sagen? Wie du das siehst. Nicht anders. So, ich habe mich wieder in Rage geredet. Ja, ich weiß. Aber es ist ja ein wichtiger Teil der Therapie, dass du mal zu Wort kommst. Kommst ja sonst nicht. Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber ich glaube, ich habe den Film noch nicht gesehen. Also ich kenne natürlich die eine oder andere Szene. Obwohl, wenn ich so überlege, also das meiste habe ich auf jeden Fall gesehen. Ich weiß halt nicht, wie häufig welche Reihenfolge und hinten und vorne. Und auf jeden Fall, mir kam halt vor allem das Wasser, also das Ertrinken, das, wo er dann seinen Best Mate quasi kennenlernt. Und der sich ja dann doch eigentlich, wenn er nüchtern ist, immer wieder als Arschloch rausstellt. Was halt auch schön diese Schere, reich, arm und halt vor allem halt auch richtig und falsch, also zumindest was so das Verhalten angeht, widerspiegelt. Was dann auch ja, was sozialkritisch zu sehen ist. Sozusagen den Reichen dann schon als Heuschler so ein bisschen entlarvt. Ja, absolut. Dann die Boxszene bis zum Erbrechen immer wieder auch gesehen und gefeiert. Wie geil. Und da zeigt es sich auch, auch wenn wir das hier in vielen Szenen haben, dass Wiederholungen auch funktionieren können. Also, dass man, wenn man einen Witz oder einen Sketch, sag ich mal, bis zum Erbrechen immer weiter auf dem gleichen Prinzip, sag ich mal, aufbaut, dass es dennoch funktionieren kann. Wenn das die Parteien so perfekt, wie die beiden das hier halt verkaufen können, halt machen, ist es himmlisch, den beiden dabei zuzusehen. Und die Point ist dann auch noch schön, dass er selber dann K.O. geht. Also, halt auch noch dieses Authentische, weil er ja letztlich immer wieder auf die Schnauze fällt und immer wieder aufsteht und so ein Stehaufmännchen halt letztlich ist und dann halt vielleicht dafür auch belohnt wird. Weil es ist ein durchweg positiver Film mit einer positiven Botschaft. Also, es ist eine Komödie, also eine romantische Komödie, könnte man sagen, der noch viele andere Themen stecken. Aber halt hauptsächlich witzig und hält das Niveau an Witzigkeit, hält er halt auch. Und wie du auch sagst, andere, ich finde auch, dass alle anderen Rollen wirklich großartig spielen. Und das brauchst du ja auch. Ich meine, das ist dann vielleicht auch seine Regie oder vielleicht auch seiner Besessenheit zu verdanken, dass er da Kubrick-mäßig, also Kubrick dann wie er, ist ja auch scheißegal, dass er dann wie so ein Wahnsinniger da hat Szenen wiederholen lassen und nochmal und hier und jedem da erklärt hat, wie er was zu tun hat und so weiter. Weil das letztlich doch nur als Ensemble-Stück funktionieren kann. Auch wenn er da die Hauptfigur ist und alles cool, die Sympathien liegen bei ihm. Aber du brauchst ja auch natürlich noch den Love-Interest und du brauchst vor allem auch noch irgendwie so eine Art Gegenspieler in Anführungsstrichen oder halt einen Mitspieler. Ich finde hier alle Figuren agieren hier auf Top-Level. Ja, und es ist halt auch bemerkenswert, dass er eine Figur in die Hauptrolle schreibt, auf die man, also auch wir heutzutage, eigentlich eher hinab sieht. So ein ausgegrenzter Landstreicher, der halt mittellos ist, den er hier auf ein, ja nicht Podest stellt, aber dem er eine Geschichte andichtet, die für ihn den positivsten Weg hin zur Menschlichkeit beschreibt. Weil das ist, finde ich, auch das, was man in diesem Film in so vielen Poren und halt vor allem natürlich in der Liebesgeschichte halt von der halt mitnimmt, dieses Menschlichkeit. Weil diese eine letzte Szene mit ihr, die ist halt einfach so fantastisch und so berührend, weil der Film eigentlich die ganze Zeit halt wirklich auf dem humoristischen Level halt funktioniert. Das ist halt ein Film, der dich 99 Prozent der Spielzeit, das sind 87 Minuten, also das heißt sowas Richtung 80, 85 Minuten, ist es hier wirklich nichts Tragisches. Es ist eher lustig, es ist Slapstick, es ist belustigend. Und wir haben da einen riesengroßen Spaß und dann schafft das dennoch mit diesem Ganzen, was da alles passiert, dann in den letzten paar Minuten, in der letzten Sequenz so viel Menschlichkeit, so viel Theatralik, aber auch authentische Theatralik einzubringen, dass wir einfach nur berührt sind. Es ergreift einen absolut am Ende. Das ist nämlich das, man lacht die ganze Zeit und am Ende verlässt man ergriffen den Saal sozusagen. Oder in dem Fall geht dann vom Bildschirm weg. Und das ist ein großes Kunststück. Auf jeden Fall, ja gut, Drama und Komödie, die liegen sehr nah beieinander, aber er hat hier, was ich meinte mit Timing, hat das hier wirklich perfekt austariert, er hat das ideal konstruiert einfach. Ja, genau. Und nicht so, dass es zu gestellt wirkt, wir können das nachvollziehen. Er ist ja auch immer höflich bei allen Sachen, die er macht, er zieht immer noch den Hut und er will ja gar keinem was Böses. Genau. Auch wenn ihm da Missgeschicke passieren oder er dann irgendwie andere Leute da irgendwie umhaut und so, das ist ja alles gar nicht so gewollt. Er hat ja eigentlich immer nur Gutes im Sinn. Ja, großartig. Kann man tatsächlich nicht anders beschreiben. Es ist auf jeden Fall einer der schönsten Patreon-Pics, die wir bis dato hatten. Lass es so stehen, verabschiede uns in den Feierabend, bedanke mich beim Peterchen, bedanke mich bei allen Patrons, bei der Fünfressen-Familie. Hat wie immer richtig gebockt. Ein, ja, auch großartiger Podcast, sage ich jetzt mal ganz bescheiden. Also ich hatte eine gute Zeit. Mir hat es Spaß gemacht. Und das ist ja erst mal das Wichtigste. Natürlich. Ja, Leute, ich verabschiede mich und sage einfach bis zum Nächsten. Das heißt, wir haben dich erfolgreich therapiert. Zumindest den ersten stressigen Arbeitstag in einem fulminanten, humoristisch angehauchten, großartigen Podcast enden lassen. So macht es dann auch schon viel mehr Spaß, am nächsten Tag aufzustehen und wieder der blöden Arbeit nachzugehen. Aber Arbeit wartet auch noch auf uns. Wir haben natürlich für den Sonntag wieder ein schönes Video für euch vorbereitet. Es geht nämlich lustig weiter. Wir beschäftigen uns mit den besten Comedies der 80er Jahre. Komödien, genau unser Thema. Aber reiht sich nahtlos an diesem Podcast an, wie ich finde. Absolut. Das ist, als hätte man es geplant. Genau. Und die Wochen danach wird natürlich auch wieder großartiges folgen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Möchte noch einmal einen ganz großen Dank. Nicht an dich, Manu. Das tue ich eh schon viel zu häufig. Dein Ego wächst und wächst und wächst. Und irgendwann ist kein Platz mehr für mich. Deshalb lassen wir das diese Woche. Und ich mache das dann so alle zwei Wochen. Bedanke ich mich bei dir. Das war ich vollkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei unseren Patrons. Das sind nämlich tatsächlich in letzter Zeit auch ein paar mehr geworden. Was natürlich geil ist, weil dadurch noch mehr Filme im Topf landen. Und dabei kommen halt immer wieder coole Sachen wie Lichter der Großstadt bei rum. Wodurch wir dann einen coolen Rewatch haben. Oder vielleicht auch eine geile Erstsichtung. Daher freuen wir uns auf jeden Fall auf die neuesten Wünsche unserer neuen Patrons. Die wir hiermit auch herzlich begrüßen. Und freuen uns auf jeden Fall schon, was nächste Woche im Topf landet. Scheiße! Was wir eventuell noch im Kino sehen werden. Und was wir von zu Hause mitbringen. In der Regel natürlich Ärger. Aber vielleicht auch den einen oder anderen Film. In diesem Sinne hoffe ich einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal.